So, weiter geht´s! Zwei Rennen. Willkommen zum heutigen Event, das wohl recht gut werden sollte, Kristen. Alles klar, viel Glück da draußen. Danke. Oh, you know, you got fun, huh? Okay. Drei Runden, okay. Oh, da hat sich einer kapiert. Kürze kapiert. Du bist in der Mitte des Feldes und kommst in Runde 2. So, am Ende sind wir. Klar kann man vorbeigehen. So, außen weg. Das ist unser P4 jetzt schon. Wunder dich nicht, wenn du dafür attackierst. Ja, also zehn Kollegen spielen hier eine schöne Barrikade. So, jetzt in der letzten Runde bin ich bei den ersten Runden. Das ist die letzte Runde. Das ist die letzte Runde. So, haben wir dann. Das ist die letzte Runde. So, jetzt nach vorne die Schleife. So, jetzt. So, jetzt. Das ist die nächste Runde. So, jetzt. So, jetzt. Jetzt. Dann haben wir es. Das sind unsere Räume, oder? So, noch ein Rennen. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Entschuldige, es ist die Rennung. So, jetzt rennen wir, Serie. Viel Glück. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich glaube, ich habe ein bisschen Glück und habe. Ich kriege noch wirklich nur zwei Sekunden. Das muss ich ja nicht werden werden. Guter Start. Bleib an der Spitze. Die Strafe. Vielleicht auch mal ein bisschen Glück. Die Strafe wird nicht so gewertet, weil ich konnte nichts dafür. Die letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Das hat bleibt gekostet. Okay. Die Strafe wird nicht so gewertet. Doch. Doch kann ich haben bekommen, oder was? Nur zwei Sekunden. Zwei Sekunden, naja. Passt. Und da sind wir durch. Und damit geht es morgen weiter.